Ich höre nur klassische Musik. Was? Oh, klassische, klassische. Mozart, Vivaldi, Beethoven und 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 und. Mein Vater auch, mein Bruder nicht. Er war der Einigste. Wir sind sechs Brüder und Schwester zusammen. Ich war der Klassiker, immer gewesen. Schon eigentlich? Ja, ja. Anzuhören, bringt mir zu Ruhe. Man kann auch arbeiten mit ein bisschen leise, klassische Musik und 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 und. Und ich grabe meine Musik jetzt. Wenn ich meine gute, präferenten Musikdingen höre, fühle ich mich ruhig. Ich liebe Stromaei. Nicht nur, weil ich Belgier bin, aber ich glaube, er ist Pizze. Er denkt nach und hat unerwartete Drehungen. Das ich liebe. Was kenne ich jetzt in Freiburg? Oh, es gibt einen, den ich relativ gut kenne. Das ist in Freiburg, der Landwehr. Das ist der Band. Und eigentlich kenne ich keine andere. Aber mit der Landwehr von Freiburg habe ich meine Dosis gehabt. Was mögen Sie daran? Was gefällt Ihnen daran? Oh, Tradition erstens. Zwei, die sind sehr gut, von musikalischer Qualität. Die arbeiten daran. Die sind Amateurs, aber mit hoher Qualität. Und die sind auch sehr variiert.